Oh, ich habe im einzigen einen Ring wiederbekommen. Schon wieder? Ja. Wie viele Unix kriegst du heute? Ich habe hier gar nichts gekriegt bisher. Lass mich mal gleich identifizieren. Ich habe hier nur so eine scheiß zwei Armbrüste bekommen, die überhaupt kacke sind. So, und dann... Das ist der Stein von Jordan habe ich bekommen. Oh. Da hätten dich andere bei Diablo 2 für getötet. Alter, physische Fähigkeiten, 20% mehr Schaden. Schaden gegen Elite gegen 28%, also ich würde mal sagen, da hast du einen schönen Gegenstand. Ja, das habe ich mit meinem einzigen Arting-Ring, den ich bisher habe. Aber leider habe ich da durch Magic Fight nicht mehr gehört. Ja, und... Braucht doch kein Mensch. So, Jamelas Geist will wieder mit uns reden. Puh, du stand hier vorne, glaube ich, naja. Da kannst du ja labern, ich beschütze euch. Puh! Jo, gerne doch. Immer wieder. Ich finde, das Seelengefängnis ist auf der zweiten Ebene, okay. War das hier nur so ein Ereignisgrad? Nee, das war doch Quest. Oder war das ein richtiger Quest, ja? Das war Quest gewesen. Weil ich dachte, wir hätten dieses Questziel, was da jetzt steht, schon mal gehabt. Irgendwie. Obwohl, könnte sein, aber... Oh Gott, ja klar. Wie viele noch... Ja, klar, ey. Mach ab. So, ich habe einen betäubt, der ist halt... Ich will nochmal jetzt betäubt. Wir halten aber meistens zurück, nicht so viel aus. Ich möchte nicht so gewendet. Wir haben nicht verlebt. Achtung. Ihr verlangt das Unmögliche. So. Items würde ich aber gerne nochmal einsammeln hier schnell. Ich habe nur ein gelbes bekommen. Ich auch. Und das sind Barbaren. Meinst du das scheiße? Meinst du das unbrauchbar? Oh, was hat denn da wohl gerade eine Pizze? Oh ja, ey, ey, was wollen die denn? Vorsicht, da gucke ich gerade noch mal so ein bisschen untergehagelt. Doch nicht, okay. Nur Crap. Crap, 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 ey. Jetzt brauchen wir mal wieder einen Unique finden. Gibt mir Zeit, ja. Ah, hier, Schatzgoblin. Ach, schon wieder einer. Du kommst mir nicht so schnell davon. Ich kriege die Messer ab. Wieder nur so ein Marquise-Krams, aber sonst nichts Gutes eigentlich. Atem des Todes, okay, das nimmt man gerne mit, aber. Ich habe nochmal Marquise-Armitist bekommen. Was ist denn das hier schon wieder? Eine Waffe für... Oh, unser Dingens ist auch wieder weg. Da können wir noch nicht rein, oder? Doch. Wir werden nur hingefroren. Einfach mal durchgehen. Ah, ich mache alles kaputt hier. Wie alle auf mich raufspringen. Wenn wir Malta eh schon nicht finden, dann zerstören wir wenigstens seine Wohnung. Oh, hier, jetzt schau. Oh, die ganze Scheiß-Seelen-Ernte, ey. Oh, chill, weil neben dir steht, der steht jetzt. Ich brauche Geisteskraft. Okay, Alter, ist platt. Die drei sind platt. Boah. Die schiebt mich ja doch weg. Ja, die nervt mich total. Die Gegenstände waren auch mal wieder Crap. Crap mit Crap, Alter. Zwei Hände. Das ist hier aber echt ein Scheiß-Gebiet, ey. Oh, bitte schön. Ich glaube, ich glaube, dauernd rufen und runter, das ist für mich genehmig in zwei Uhr. Abschirm, schnell, Gebittersturm, Schender. So, ich habe dich hier alle betäubt. Und jeder fliegt in die Messer. Oh, Schender, ja. Sie ist, unsinnig schänden. Schon wieder nicht besser. Ja, schon lange keinen neuen, brauchbaren Gegenstand mehr gefunden. Oh, nee, jetzt genauso. Also, die Kuachs war schon ganz witzig. Die werde ich auch behalten, nicht kaputt machen, aber... So, die Wert, äh, braucht er für mich. Ich habe echt nur die Schulterteile. Die waren in allen Steps besser. Ansonsten habe ich mal sowas, wo zwei, drei Prozent Bonus auf Schaden, aber dann kriegst du gleich ja irgendwie, weiß ich nicht, zehn, zwanzig Prozent bei den anderen Sachen weg. Hm. Oh, Markies, Diamant. Das ist cool. Gerade für meine Klasse. Kring, der Buss. Man merkt schon, die Gegner halten jetzt doch schon ein bisschen mehr was aus, ne? Oh nein, wurde eingefroren. Lass sie in Ruhe. So. Schon wieder, ich hänge fest. Ah, mein Volk auf. Schnell rein. Rollkommando. Ich merke schon, wenn ich mich nicht wehren kann und kein Leben kriege für jeden Schlag, den ich einsetze, dann, äh, geht mein Leben doch schon ein bisschen runter, wenn wir nicht hauen. So, ja. Wie ist denn das hier aufgebaut? Schön, ich will mal den Architekten verklaren. Naja. Der ist so unpraktisch mit den ganzen Wegen, äh, nicht. So viel Raum für so wenig Wege, äh, doch, äh, für nur Wege, anstatt mal ordentlich Räume anzuschaffen. Die Viecher nerven, ey. Halt mega viel aus. Ich war mir jetzt die ganze Zeit hier. Heiltraber, scheiße. Da komm ich rüber. Ach, Mist. Oh, was ist denn hier los? Keine Ahnung, wo der Zauber herkam, aber da sind schon wieder Unix. Na gut, ich bin toll, mal. Ich weiß nicht, ob Unix oder Champions, ich seh die nicht so. Das ist ein Unix, nur noch mal. Oh, Arcan verzaubert, aber... So Schild, IP. Ich muss weg. Ob da Arcan als Dingens, oder... Oh, der hat mich rangezogen, ey. Arcan, Gift, alles im Wisschen. Okay, die Messer fliegen dürfte er nicht lange aushalten. Ja. Ah, yo. Ah, yo. Was denn? Unix Bogen, mein werter Freund. Oh, ja. Unix Bogen. Wart mal kurz ab, und dann kannst du hier identifizieren, wenn du willst. Kannst ja posten. Ah, der wird aber nicht gut. Kannst aber posten. Hat 300 Base-Schaden. Aber man weiß halt nicht, wie viel Elementarschaden er verursacht. Oh, 1708. Ja, wird ein bisschen mehr Schaden machen. Bisschen mehr Leben pro Treffer. Chance von 29% auf ein Gegacker, wenn ihr angreift. Warte mal, den will ich einmal kurz nehmen. Ah, guck mal, die Hühner. Ne, ich werd meinen anderen behalten, weil der einfach wesentlich schneller ist. Weiß nicht, Alter, wenn Schwachsinn existiert. Ich krieg Kühe und du kriegst Hühner. Ich würd'n Schadensbonus kriegen dadurch. Aber... Nee, das ist mir, glaub ich, nicht wert. Kühe und Hühner in einer Runde. Nicht schlecht. Hühnerauge heißt der Bogen. Warte mal, ich kann ja den ja auch nochmal hier... Einposten. Zack. Ist auf jeden Fall ein lustiges Ding. Mhm. Kann nicht, ob die Hühner auch noch das extra Schaden machen. So allein. Ah, nee, ich mag die Angriffsgeschwindigkeit von dem Teil hier. Nee, nee, das ist schon... Das passt so schon. Aber schon mal aufgefallen, dass wir nur Item Level 61 finden. Ja. Hab das Gefühl, weil wir vielleicht oft schwer spielen. Da täuscht mich nicht. Oder? Also wär jetzt so meine Vermutung, weil... Schon ewig wir keine stärkeren Sachen finden. Das kann sein. Ich will jetzt nicht extra auf Qual wechseln dafür, nur... Ja, um Gottes Willen. Einmal zumindest so durch und dann kann man langsam steigern auf Meister oder so. So. Aber wenn wir Ebene 2 finden, können wir auch mal ganz kurz einen Cut machen, ey. Pinke Pause. Ja. Zack, schnell durchschlaminert, ey. Ah, die Items sind schon lustig. Ich mein gut, das Huhn... Keine Ahnung, ob das Huhn jetzt überhaupt auch was bringt. Was ist das denn hier? Achso, kann man noch kaputt machen. Ja. Ah. Ah ja, hier geht's auch weiter dann scheinbar. Sieht auf jeden Fall gut aus, weil da geht's runter. Ja. Wir sollen ja eigentlich mal Ebene 2. Überzeugt noch Ebene 2. Zack. So, was ist hier los? Account Stop, sehr schön. Ja genau, hier mussten wir ja rein. Ja. Okay, dann gehen wir kurz rein und dann kannst du jetzt eine kleine Pause machen. Genau, lass doch kurz in die Stadt lieber gehen. Ja. Was man hat, hat man nicht, dass wir zählen wie angegriffen werden oder so. Dann kann ich auch gleich meine Axt da reinpacken. So. Können wir auch gleich ein paar Gegenstände... Warte mal, ich mach die Gegenstände hier nochmal kaputt schnell. Ich denke, ich werd den Bogen trotzdem behalten. Werd den nicht kaputt machen. Hä? Alt heißt nicht schlecht. Keine Ahnung, was ich da jetzt bekommen hab. Bei mir gehen grad die Frapsal total in den Keller. Ich will mal kurz... Lass uns hier schon mal ne Pause machen. Okay, bis gleich Leute. Oder bis morgen. Ciao. Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Diablo 3 Reaper of Souls mit Tobi. Hey. Ich hab mein Inventar schon mal aufgeräumt. Bei mir eben so. Ich hab meine Truhen auch nochmal so ein bisschen neu geordnet, sodass ich die Handwerksmaterialien jetzt in einer Truhe hab. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Ja. Und ja. Legen wir gleich los, würde ich sagen. Oder? Ja. Festung des Wahnsinns. Ist ja Wahnsinn, ey. Unglaublich. Ich muss mich zu dir teleportieren. Bist doch schon hier, oder? Nee, noch nicht. Ach, mein Templer ist auf einmal schon wieder mit dabei. Warum auch immer. Ah, jetzt ist er weggegangen. Meinetwegen, wenn ihr lieber wen anderes wollt. Hat er gesagt oder was? Nee, er hat nur meinetwegen gesagt. Aber das kam so ein bisschen so rüber, so. Wenn ich nicht mehr gut genug bin. Oh, ich hab nur noch 1 FPS. Was ist denn jetzt für los? 1? Das ist natürlich mies. Bei mir wird auch die Interlater. Darum geht's auch mal rot. Okay, ich bleib mal bei dir stehen. Hier sind zwar keine Gegner, aber... Latenz ist 800 Millisekunden. Ja, hatte ich auch schon mal. Du bist jetzt ja auch grad wieder neu ge-joint. Da ist es am Anfang manchmal echt krass. Ja, aber das ist ein FPS. So, okay. Gucken wir mal. So. Nehmen wir gleich mal wieder auf hier. Und dann hoppen wir mal das... Oh, das Problem noch weiter. Hey. Level up bekommen. Aber irgendwas passiert hier grad. So, unsere Macht gehört jetzt dir. Achso, ne. Das war nur... Oh, guck mal. Wir müssen jetzt echt schon Malteile finden. Krass. Okay. Wieder nur Crap gefunden hier. Geht's jetzt wieder? Ah, jetzt grad zackt er wieder runter. Ganz kurz für den Boss hat's geklappt. Und jetzt zackt er wieder runter. Jetzt steigt's wieder. Jetzt... Ach, um Gottes Willen. Das Tor des Todes. Mit CPU sagt's auch, dass alles okay ist. Ich will mal ein bisschen rumlatschen. Und das ist wieder... Eingekalibriert irgendwie. Ach... So, was sagt mir denn der Task Manager? Der Task Manager sagt das auch, dass alles okay ist. Nur Fraps will nicht. Nur Fraps will nicht. Nur Fraps will nicht. Nur Fraps will nicht. Muss mal gegen treten. Ja. So, okay. Warten nochmal kurz. Wir probieren nochmal kurz was aus, Leute. So. Und jetzt bin ich auch wieder drinnen. Du gehst wieder durchs Tor. Ja, genau. Die Gegner sind schon down. Hab da schon mal Bad vorbereitet. So, jetzt gibt's hier auch ein bisschen EP. Also jetzt solltest du nicht rausfliegen. Es gibt Erfahrung. Dann zocke ich weiter. Ich brauche nämlich Erfahrung. Ah, die Klein. Ja, das ist doch schön. Jetzt fühlt sich alles wegen den Flüssigen an. Ja, Treiber immer aktuell halten, Leute. Das ist die Lektion, die wir heute gelernt haben. Guck mal, wie das oben aussieht. Das Map. Auch mal interessant. Ach so, ja, stimmt. Auch diese Flimmer-Effekte hier die ganze Zeit. Sieht schon... Also ich finde... Oh, ne, vor allem Boost. Ich finde, die haben sich schon Mühe gegeben. Mit den Leveln und so. Sieht schon nice aus. Daumen nach oben fürs Level-Design. Haben wir ja schon bei Team Fortress gelernt. Genau. Da hoffe ich nämlich jetzt auch, dass das Problem mit Team Fortress, was ich letztes Mal hatte, dadurch auch beseitigt wird. Ja, das wäre auch ganz nice. Oh, da sind wieder... Ja. Ich kümmere mich drum. Oh, was hat denn der für eine Fähigkeit? Der hat grad irgendeine Eiskugel. Der kann die Falle, der wir verlangen sind, derjenige, der sich nicht mehr für den Bereich findet. Okay, erster ist down. Zweiter ist down. Ah, ne, halt, warte. Das war der eine, war grad klein. Unik, glaube ich. Apropos. Ähm. Ich hab jetzt nur eine neue Fähigkeit genommen, und zwar Notenadruck abgebaut. Ach so, die passive, ja. Genau. Wenn ich mich jetzt, äh, sterbe, rein theoretisch, ist es so, dass sie anstatt zu sterben, ähm, nochmal 30% Lebensenergie bekomme und 30% Mantra und auch meine Regeneration erhöht wird. Ab 70 kriegen wir auch noch eine vierte passive Fähigkeit. Ja, das wollte ich gar nicht. Das hat 60 Sekunden abgelehnt, heißt also, ich werde nochmal richtig schön, ähm, befreit von den Ängsten. Ja, aber man muss halt auch sagen, ne, es ist halt einfach, äh, einmal sicher überleben, wenn man sonst gestorben wäre. Und auf Hardcore ist das halt ne Pflicht, also in meinen Augen auf jeden Fall ein Pflicht-Skill. Ich mein, ich hab sowas nicht. Ich glaub, die Zauberin hat aber auch sowas ähnliches irgendwie, als Rune für irgendeine... Oh, Vorsicht, die sind wieder irgendwo champ... Ah ja, hier, bei mir. Ja. So, ich hab' den Betäubt, ich hab' den Betäubt. Ich hab' den Betäubt. Ja, was haben die für Fähigkeiten? Ich verledert mich so ganz. Der Seucht-Arcan. Oh, meine Güte da. Okay, ich musste da... Die jagen mich gut weg hier. Ich mein, ich krieg' mich so viel Schaden, aber ich will's halt nicht riskieren, in der Monsterhorte zu stehen. Ne, ne, sollte's doch nicht sein, weil die auch nicht wirklich sehr gut Schaden reinhauen. Und abschämt haben die auch noch nebenbei. Also, die können da einfach mal so ne Wand hinbeschwören. Das find' ich irgendwie auch unsexy. So, ich kann den gleich wieder betäuben. Ja, ich... Ich kümmere mich grad'n bisschen um die Diener, weil jeder Diener kann diese Scheiß-Arcan-Kacke machen. Mhm. Oh, jetzt locke ich hier noch ein paar andere an. Sorry, ey. Neferleben eingesammelt. Ja, sehr gut. Oh, ich bin hier ein Ding ins Gefang. Nicht genug Geisteskraft. Oh, shit. Oh, oh, oh. Okay. So. Oh, ne. Jetzt bin ich hier wieder in diesem Scheiß-Chat. Wart mal. So. Gruppe. Lass mich in Ruhe. So.